Danke, Daniel Burbach, für deine Nominierung. Ich habe statt des Eimerwassers gespendet, und zwar an die ELSA und an das Sterbehospiz in Hagen. Meine Nominierungen sind Lukas Ramek, Jens Dahme und Julia Vorbe. Und damit wenigstens ein bisschen Eis im Spiel ist, vor einer Woche wurden mir die Weißheitszähne entfernt und der Doktor hat gesagt, ich soll das kühlen. Aber irgendwie klappt das nicht so ganz. Ich habe da, glaube ich, eine bessere Idee. Das sieht doch ein bisschen aus. Das tut gut.